Liebe Zuschauer, die türkische Lira setzt ihre Talfahrt gegenüber Euro und US-Dollar weiter fort. Ein Grund für die Abwärtsbewegung ist die hohe Inflationsrate. Die ist im April in der Türkei auf knapp 11 Prozent angestiegen. Bianca Becker, unsere Expertin hier auf dem Parket, unsere Anleihen-Expertin. Wir wissen, Fremdwährungsanleihen sind natürlich beliebt bei den Anlegern. Wie reagiert man auf die aktuelle Abwärtsbewegung? Die Reaktion bei den Anlegern ist durchaus unterschiedlich. Es ist kunderbunt gemischt. Wir sehen einige Verkäufe, auch große Verkäufe, Anleger, die aus ihren Positionen flüchten, die denken, dass die Talfahrt weitergehen wird. Auf der anderen Seite haben wir aber auch risikofreudige Anleger, die das niedrige Niveau jetzt nutzen, um wieder einzusteigen. Wenn man sich jetzt die Rendite der türkischen Anleihen anschaut, also Anleihen in türkischer Lira, Staatsanleihen, und auf der anderen Seite dann die Bundesanleihen, da gibt es ja wahrscheinlich einen riesigen Gap, oder? Ja, der Gap ist durchaus sehr groß. Die 10-jährige türkische Staatsanleihe, da liegt die Rendite momentan bei über 13,7%. Und die 10-jährige Bundesanleihe, die hat eine Rendite von knapp über 0,62%. Also man sieht, da ist ein sehr großer Gap und das nutzen oder möchten die risikofreudigeren Anleger jetzt auch eventuell nutzen und steigen auf dem Niveau ein, weil sie halt denken, ja, es wird wieder besser laufen. Also ein riesiger Aufschlag, ein Risikoaufschlag, das muss man sich natürlich bewusst sein. Blicken wir auf die Deutsche Bank, die irgendwie aus den Schlagzeilen nicht so richtig rauskommt. Die Aktie hat seit Jahresanfang 28% verloren, also richtig schwach und es gab viele Nachrichten in diesen Tagen wieder. Was ist besonders wichtig für den Anleihenmarkt? Die zwei größten Ratingagenturen prüfen oder drohen mit einer Senkung des Ratings des Konzerns. Fitch hat ja bereits im September das Rating auf BBB Plus gesenkt. Moody's und S&P prüfen jetzt, ob sie das auch machen. Fitch hat mittlerweile schon eine Stufe unter Moody's und S&P, die Deutsche Bank, geratet. Das Rating ist durchaus wichtig für die Deutsche Bank, für jeden Konzern natürlich. Aber besonders am Anleihenmarkt, je tiefer das Rating nachher ist, desto mehr Risikoaufschläge muss die Deutsche Bank zahlen, damit die Anleger auch noch Interesse haben natürlich. Diese Anleihen zu kaufen. Das Rating ist wirklich durchaus wichtig. Das heißt, würden die Ratingagenturen den Daumen senken, muss die Deutsche Bank schlicht und einfach tiefer in die Tasche greifen, oder? Das stimmt genau. Momentan liegt das Rating der Deutschen Bank im unteren Investmentgrade-Bereich. Wir sind nur noch ein paar Stufen vom Ramschbereich entfernt, also weitere Herabstufungen könnten durchaus auch fatale Folgen haben. Ja, heute gab es richtig viele Zahlen. Fünf DAX-Konzerne haben Zahlen vorgelegt. Welche Unternehmen sind besonders spannend? Am Anleihenmarkt, wo gab es die größten Ausschläge? Das Verhalten am Anleihenmarkt war ein bisschen verhaltender wie auf der Aktienseite. Wenn wir uns die Commerzbank anschauen, die Aktie ist ja deutlich im Plus. Die Commerzbank-Anleihen sind schon die ganze Zeit durchweg beliebt eigentlich bei den Anlegern. Und wir sind auch heute weiterhin Käufer, aber wir sehen jetzt keinen großen Run nach den Quartalszahlen. Auf der anderen Seite, die Merkaktie ist ja deutlich im Minus. Aber hier haben die Anleger Vertrauen auf der Anleihenseite. Also sie haben ihre Anleihen behalten und verkaufen diese nicht. Ja, liebe Zuschauer, soweit unser wöchentlicher Blick auf den Anleihenmarkt. Sie hören schon, auf dem Parkett tut sich einiges, ob es die türkische Lira ist, die ihre Talfahrt fortsetzt. Die Deutsche Bank mit möglicherweise schlechten Nachrichten, wenn die Ratingagenturen den Daumen senken sollten. Und natürlich viele Zahlen. Und ich sage an der Stelle wie immer vielen Dank für den Einblick, Bianca. Danke auch.